Ich war schon als kleines Mädchen entschlossen, meinen Weg zu gehen. Ich bin am glücklichsten, wenn ich etwas habe, auf das ich meine Energie konzentrieren kann. Es ist wichtig, junge Menschen daran zu erinnern, dass der Frieden der einzige Sieg ist. Ich glaube fest daran, dass man sich selbst lieben muss, bevor man andere lieben kann. Und ich glaube, dass dies die besten Beziehungen hervorbringt. Ich bin sehr unabhängig, ich kann auf mich selbst aufpassen, aber ich brauche trotzdem viel Liebe und Pflege. Es ist wichtig, dass man in einer Beziehung nicht verliert, wer man ist, nur weil es schön ist, mit jemandem zu kuscheln. Man muss daran glauben, dass man schauspielern kann und dass man die richtige Person für den Job ist. Aber ich denke, es ist gut, wenn man nicht immer weiß, wie man es machen wird. Der Spaß besteht darin, zu versuchen, es herauszufinden. Es ist schwierig, glamourös zu sein, wenn man gerade dabei ist, Toilettenpapier zu kaufen. Ich habe immer viel von mir erwartet. Jedes Mal, wenn ich Penelope Cruz sehe, würde ich sie am liebsten anbeißen.